Das ist die Ausstellung Legenden. Ich habe verschiedene Prominente gemalt, die alle ohne soziale Medien groß geworden sind, in einer dreifachen Variation. Dunkles Licht, Schwarzlicht und normales Licht. Das ist eine einmalige Blackbox, die hier aufgebaut wurde mit allen Lichtinstallationen. Schauspieler, Sänger, Ikonen, Helden. Wir sollten wieder dahin zurückgehen. Wir sollten diesen Kasten der Leuchte, den wir angucken, vergessen und uns wieder auf das Leben konzentrieren. Das Leben findet nämlich nicht im Smartphone oder bei sozialen Medien statt, sondern im Leben selbst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017